Und es geht einfach an die ganze Community und alle Menschen, die meine Videos schauen. Also auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der meine wunderbaren, schrecklichen Videos schaut und seine Lebenszeit da hineinsteckt. Herzlich willkommen zu meiner ersten Folge Minecraft Get Down auf diesem wunderbaren Kanal. Ja Leute, und zwar wird diese wunderbare Folge nicht heißen, meine erste Folge Get Down, sondern heißt sie einfach Danke, 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 Danke nehme ich an. Oder einfach nur Danke. Und es geht einfach an die ganze Community und alle Menschen, die meine Videos schauen. Also auf jeden Fall, vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der meine wunderbaren, schrecklichen Videos schaut und seine Lebenszeit da hineinsteckt. Also ich glaube, ein Video, wenn es sieben Minuten dauert, schaut er sich das halt wirklich an. Oder fünf Minuten. Und es ist halt schon was, was mich mega beeindruckt, dass es einfach wirklich Menschen meine Videos schauen. Und ich würde mich nochmal bei jedem Einzelnen bedanken, wenn ihr Videos schaut, der mir mal Feedback gibt und Kommentare schreibt. Also vielen, vielen Dank. Und ohne euch hätten wir, ähm, was würde ich sagen, also auf jeden Fall vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen. Ohne euch wären wir sicher nicht so weit gekommen. Also vielen Dank an jeden Abonnenten und an jedem Menschen, die meine Videos guckt, aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank an jede Leute, die mich unterstützen, auch die Leute im TS und so weiter. Auf jeden Fall ein riesen, riesen schönes Dankeschön, dass ich euch alle auch kennenlernen durfte, weil ich mit YouTube angefangen habe. Angefangen habe, ja, ich rede halt nur mal böse, weil es ein bisschen spät ist, dass ich jetzt eh. Aber es ist auch vollkommen egal. Ich bin auch leider nicht so gut in Get Down. Ich will einfach mal eine Folge raushauen, wo ich auch mir auch bedanke, weil ich finde, das macht man viel zu wenig, weil man es vergisst und so weiter. Und das sollte man eigentlich öfter machen. Und ich will mich jetzt noch ein bisschen mehr mit meiner wunderbaren Community machen, weil ich finde, dass ich einfach, also finde ich, viel zu wenig mit der Community machen und die Community einfach das Wichtigste ist, weil ohne der hätte ich auch niemals, weil ich auch niemals so weit gekommen, wie ich jetzt gerade bin. Also jedenfalls könntest du mal gerne eure Lieblingsspiele, also welche Spiele ihr sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben, also irgendwas in Minecraft-Prinz geht. Es werden vielleicht eh bald andere wunderbare Spiele kommen, aber das weiß ich noch nicht so genau. Über Challenger oder irgendwelche andere Mannschaftsspielmodusse, also einfach in die Kommentare schreiben, weil ihr schaut es mir in die Videos, deswegen finde ich auch, sollte man auch bringen, was euch gefällt natürlich, was auch ein bisschen mir gefällt, damit es mehr Spaß macht, weil sonst werden es ein bisschen deprimierend erfolgen. Also schreibt es gerne in die Kommentare, würde mich mega, mega freuen. Könntest du euch auch gleich ein paar Wünsche schreiben. Ich habe alles, wir wollten wieder ein paar Streams, das wird auch am demnächst kommen, wahrscheinlich. Also wenn du das natürlich wolltest, kommt natürlich auch wieder Streams. Ich habe gelesen, dass einige auch vermisst haben in den Kommentaren. Ja, das wird noch sehr, 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 sehr lange, der schon lange kein Video mehr gekommen ist. Was kann man sich hier denn kaufen? Ich nehme an, das ist das wichtig, ein Schwert. Gut, aber hätten wir mal die beste Rüstung auf der ganzen Welt. Ach, hätte man einen Bogen kaufen können. gold ab vielleicht kann man schwert noch verzaubern dann sage ich mal ich bin startklar ich würde jetzt sofort das erste ausmissigen zeigt nochmals noch mal vielen 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 dank an jeden einzelnen normalen kann man kann nicht oft genug danke sagen sehe ich unglaublich was ich schon alles zusammen erreicht haben wie viel sie schon hatten die mega mega cool waren wirklich mega viele leute sind bei euch sagt nur 24 stunden stream oder einfach alles das ist aber auch unglaublich finde ich danke 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 und ich werde nicht sofort sterben ein spieler und ich glaube es nicht oh mein gott dass ich ein besseres schwert bekommen um mein gott dann habe ich ja mega guten weg gekommen also ein kill konnte ich dann doch machen oh mein gott und das war dann wohl auch mein letzter kill ja er kann mich verfolgen ja wenn man abgelenkt das ist ein gold apfel essen oh mein gott danke dass er nicht auf mich geht ich bin unter den letzten vier es ist ja mehr mehr cool naja verfolge ich mich ok die feiten hier ok jetzt brenne ich ich kann man ja ordentlich abstauben die hier zum beispiel dass er nicht seine sachen bekommen könnte und natürlich wenn man sich dann bei mir ehre gerne entspannen auch vollkommen egal auf jeden fall leute wünsche ich noch einen wunderschönen guten morgen weil diese folge in der frühkunft noch mal vielen vielen dank heute haut rein lebt euer leben her stecken auch für mir lassen sie weg ändern und so weiter ihr kennt sie schon heute haut rein schönen tag noch und vergesst nicht mein liebner einmal hat rein ciao